Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Guten Abend miteinander. Wir sind's du auf Eschbach. Dann kannst du auch mal den Check machen, weil der sehr weiss ist. Vielen Dank. Sehr aufmerksam. Der aber, Frau, Frau, Herr, Herr, Mutter Oberin. Die Zeitung, die ist ja von vorgestern. Ja, ihr habt nicht gesagt, von wann? Ja. Vielleicht die von heute? Die kommt erst morgen. Wenigstens die von gestern. Was will der jetzt mit einer alten Zeitung? Wer es keine neue hat? Die kommen doch morgen. Ja, ja. Hat er Halbtags? Aha, gibt's für Eschle auch Halbtags? Ja, das müsste ich schnell beim Tiertarif nachschauen. Aber wisst ihr, es ist einfach nichts üblich, dass die Tiere mit dem Zug gehen. Ja, aber mit was denn sonst? Ja, mit dem Kamion. Mit dem Kamion? Und den Knie? Ja, gut. Vielleicht manchmal noch den Knie oder eine grosse Latte gross für Lasagne aus Ungarn oder aus Uruguay. Mit dem Kamion. Ja! Schätzte Mitesser... Schätzte Mitesser und Mitesserinnen! Wir haben heute für euch ein exklusives Gala-Money zusammengestellt. Wir fangen an mit einem Wild-Kräuter-Salat mit nordkoreanischen Morgeln. Und dann gibt es ein Tätowiert-Tomaten-Süppchen mit einer Estragonhaube. Applaus 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 Vielen Dank.